Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Hinter uns liegt eine sehr heiße Wetterwoche. Am Donnerstag wurden in Lingen 42,6 Grad gemessen. Mittlerweile ist dieser Temperaturwert geprüft und anerkannt. Das heißt, wir hatten da den heißesten Tag in Deutschland seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Aber nun rumst es in der Kiste. Es kommen zum Teil heftige Unwetter auf Deutschland gezogen. Zunächst im Südwesten und morgen dann auch im Norden und im Osten. Schauen wir uns mal die Großwetterlagenkarte vom heutigen Samstag etwas genauer an. Und wir sehen, ein neues Tief ist herangezogen mit dem Namen Vincent. Und dieses Tief bringt heute im Südwesten zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Und die große Hitze sehen wir auch, die ist verschwunden. Die roten Farbflächen, die haben sich weit zurückgezogen. Der Norden und auch der Osten bekommt heute zeitweise nochmal sehr freundliches Wetter. Meist scheint die Sonne und die Temperaturen erreichen dort um 30 Grad. An den Küsten bleibt es mit 24 Grad etwas kühler. Auch im Süden werden 28 bis 30 Grad erreicht. Und im äußersten Westen sind sogar nochmal bis zu 34 Grad möglich. Aber wie gesagt, später rumst es im Westen und im Süden zum Teil mit Starkregen, Sturmböen und auch Hagel. Am Sonntag gibt es dann auch Unwetter im Norden und im Osten. Die Temperaturspanne reicht von 18 bis 31 Grad. Und am Montag und am Dienstag wird es langsam immer kühler. Am Dienstag maximal noch 21 bis 27 Grad. Immer wieder gibt es hier und da mal einen kurzen Schauer. Und auch der weitere Verlauf der kommenden Woche. Es bleibt meist wechselhaft. Immer wieder gibt es einzelne Regengüsse. Und die Temperaturen gehen weiter zurück auf Werte um 21 bis 25 Grad. Und so bleibt es dann fast bis zum nächsten Wochenende. Insgesamt ist das eigentlich recht normales, typisches mitteleuropäisches Sommerwetter. Also kein Grund zu klagen. Und nach dieser Hitzewelle ist ja glaube ich jeder von uns froh, endlich mal wieder ordentlich die Hütte durchlüften zu können. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht unseren Kanal wetternet auf YouTube zu abonnieren. Tschüss, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.